Die wirtschaftspolitische Bilanz der Bundesregierung ist nicht besonders gut. Wenn man wohlwollend ist, würde man vielleicht eine befriedigend geben, vielleicht noch befriedigend Minus. Ich kenne Beobachter, die tiefer greifen in der Benotung. Was auf der Haben-Seite ganz klar zu verbuchen ist, ist einerseits etwas, was im Grunde die Orsoliberalen unter Konstanz der Wirtschaftspolitik verstehen. Angela Merkel in der dritten Amtszeit sorgt für Konstanz und das ist für die Märkte, das ist für die Personen und Institutionen, die wirtschaftlich disponieren müssen, etwas Positives für sich genommen schon. Man kann zweitens sagen, dass die Konsolidierungsfortschritte bei den öffentlichen Finanzen sehr deutlich sind. Die berühmte schwarze Null von Wolfgang Schäuble sorgt dafür, dass die Schuldenquote allmählich sinkt. Wir bewegen uns auf die 60% Schuldenquote des Maastricht-Vertrags zu. Wir können auch sagen, dass im steuerlichen Bereich entgegen der Vorhaben mancher Parteien im letzten Bundestagswahlkampf keine Steuererhöhung zu verbuchen ist. Dass eine durch das Bundesverfassungsgericht erzwungene Reform der Erbschaftsteuer zwar nicht optimal gewesen ist, aber dann letztlich doch dazu führt, dass die Steuerbelastung des Mittelstandes nicht wesentlich angestiegen ist. Also auch das ist auf der Haben-Seite zu verbuchen. Das sind im Wesentlichen schon die großen positiven Errungenschaften in der Wirtschaftspolitik. Was wir sicherlich negativ verbuchen müssen, ist einerseits eine größere Inflexibilität auf dem Arbeitsmarkt. Der Mindestlohn stellt eine Zeitenwende in der Arbeitsmarktpolitik dar und wird sich in der Zukunft noch bewähren müssen, wenn die Konjunktur mal schlechter läuft. Bisher im Jahr 2015 hat es durch den Mindestlohn 60.000 Arbeitsplätze weniger gegeben. Das ist natürlich noch nicht so viel und alle Effekte, die es da gegeben hat, sind natürlich konjunkturell überlagert worden. Aber wir sehen doch schon, dass in Verbindung mit anderen Regularien auf dem Arbeitsmarkt der Mindestlohn einigermaßen ungünstig ist für die Unternehmen. Wir haben auch in anderen Bereichen Leiharbeit, Zeitarbeit, Lohngleichheitsgesetz. Und Ähnliches. Immer wieder weitere Regulierungen des Arbeitsmarktes gesehen. Also das, was man für die zukünftigen Herausforderungen braucht, mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt, das ist nicht geschaffen worden. Zweitens haben wir in der Rentenpolitik klare Rückschritte bei den Reformen, die früher unter Gerhard Schröder und Angela Merkel durchgeführt worden sind. Die Rente mit 63 für langjährig Versicherte. Die Mütterrente sind sehr problematisch. Man kann auch die Lösung bei den Ost-West-Renten nicht als besonders günstig ansehen. Das sind alles Punkte, die sehr, sehr kritisch und skeptisch zu beurteilen sind. Es gibt noch so ein paar Dinge im mittleren oder Graubereich dazwischen. Also beispielsweise die Betriebsrentenreform ist eigentlich im Großen und Ganzen eher günstig. Es gibt so ein paar kleine Aspekte, die sehr in Richtung Stärkung der Gewerkschaften gehen. Das kann man hinterfragen, ob diese Anreize gewünscht sein sollten. Und auch bei der Energiewende, der Reform des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes hin zu Ausschreibungen, muss man einerseits sagen, dass es für sich genommen positiv ist, aber immer noch zu viel industriepolitisch gefärbt, als dass man ganz zufrieden sein könnte damit. Das nur als groben Überblick über das, was wir in der Wirtschaftspolitik gesehen haben.